Es ist unwichtig eigentlich. Das heißt, ich mach hier blau. Orange. Blau. Ah, ich bin ja doof. Okay. So, ähm, ich bin ja grad doof. Würde ich mal blau nehmen, dann kann ich dich nämlich nehmen und dich hier hinschieben. So, dann würde ich mal Lilia sagen. Dann kann ich nämlich dich nehmen und dich da hinschieben und dann würde ich mal Orange sagen. Kann ich nämlich dich nehmen. So. Euch kann ich nämlich noch da hinschieben. So, dann kannst du nochmal da hin. Du kannst so hin, dann kann ich zu dir sagen, blau. Du kannst da hin. Und dann würde ich Lila nehmen. Dann kann ich dich nämlich da hin. Du kannst da hin. Orange. Und Lila. So. Dann müssten wir jetzt hier ja darüber hüpfen können. So, dann machen wir dich auf Orange. Das ist gut. Dann machen wir dich auf... Ah. So. Das wäre blau. Genau. Aber erst muss ich dich da noch ein bisschen rüberschieben. Kannst du wieder... Äh. Dann würde ich erstmal Orange sagen. Dann schiebe ich dich nämlich auch noch ein Stück rüber. So. Jetzt kann ich hier hingehen und dann kann ich sagen Lila und dann haben wir es jetzt hoffentlich. Licht. So. Orange war das. Dann... Bitte Blau. Und dann bitte Lila. Lila war da unten. So. Und dann sind wir wieder bei Blau und kommen in den nächsten Raum. Okay. Fangen wir erstmal mit Orange an. Mit... Das war doof. Also wir fangen mit Orange an. Lila. Lila. Okay. Ich laufe kurz da runter. Ich laufe wieder zurück. Dann müsste ich mit Orange anfangen können. So. Gehts wieder auf Lila. Okay. Das darf ich nicht. Ich muss da wahrscheinlich wirklich im letzten Moment... Okay. Ah. Ich gehe hier runter. Dann wäre das Lila. Äh. Blau. So. Kann man das machen? Würde ich jetzt sagen Orange. Ja. Das darf ich nicht. Hm. Okay. Also. So. Ja. Das hier. Orange. Und. Hüpf. Ah. Ja. So. Die Frage ist halt... Habe ich darüber eigentlich regulär überhaupt eine Chance? Ne. Eigentlich nicht. Okay. Okay. Das heißt, ich muss mir da eine lustige Frage stellen. Ah. Ich muss mich beeilen. Blau. Das ist Orange. Das ist Lila. Das ist Blau. Äh. Das ist Lila. Nein. Das war Orange. Mann. Mann. Okay. Also. Blau. Orange. Lila. Blau. Orange. Lila. Blau. Und hüpf. Und. Ah. Boah. Das ist ja mal bitter. Ah. Sowas mag ich ja nicht. Nicht so ganz. Okay. Also. Wir haben ja noch alle Zeit der Welt. Das heißt. Jetzt ist Blau dran. Dann ist Orange dran. Dann ist Lila dran. Dann ist Blau dran. Dann ist Orange dran. Dann ist Lila dran. Dann. Zack. Zack. Blau. Okay. Also. Nochmal. Blau. Orange. Lila. Blau. Orange. Lila. Einmal. Einmal. Zweimal. Blau. Orange. Hätt's sein müssen. So. Blau. Orange. Ähm. Lila. Das ist Blau. Das ist. Das ist. Das ist. Lila. Hopp. Hopp. Und das ist. Orange. Lila. Blau. Das ist dann. Lila. Blau. Das ist dann. Lila. Blau. Zack. Zack. Puh. Okay. Also. Hier. Blau. Okay. Lila. Orange. Blau. Okay. Lila. Blau. Blau. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Ich sehe gerade nichts. Okay. Das heißt, wir sind hier bei Lila. Das heißt, ich kann hier Blau nehmen. Und wir hätten diese Karte geschafft. Puh. Da ist eine Tür. hier. Okay. Dann wäre hier Orsch. Da oben ist ja mit Sicherheit noch was. Okay. Dann brauche ich dich mal hier. Gehen hier wieder auf. Zack. Zack. Okay. Wenn ich jetzt den Raum verlasse. Ja. Und wieder hier reingehe. Dann ist der Schlüssel wieder da. da. So. Also blau. Ich muss orange nehmen. Kann ich hier drauf. Dann kann ich wieder auf blau gehen. Und dann kann ich hier sagen. Lila. Na ja. Fast. Gar nicht so blöd. Die Idee. Bin gerade mal am überlegen. So. Als erstes muss ich auf jeden Fall blau machen. Dann muss ich orange machen. Dann gehe ich hier auf die Kiste. So. Dann sage ich wieder. Blau. Und mir hier den Schlüssel. Und setze mich hier in die Lücke. Ich ziehe das zurück. Und sage dann Lila. So. Und dann würde ich sagen. Orange. Okay. Wir versuchen mal nicht in Panik zu verfallen. Wir versuchen jetzt mal nicht in Panik zu verfallen. Okay. Also. Wir machen folgendes. Ich sage blau. Bam. Dann sage ich orange. Dann hüpfe ich auf den hier drauf. Und sage wieder blau. Ich hole mir den Schlüssel. Die sind aber gleich hoch. Also sage ich orange. Nehme die Kiste. Und sage blau. Und ziehe die Kiste weiter. Hierher. Ich hüpfe hier drauf. Ich hüpfe darüber. Und sage Lila. Ah fast. So. Also blau. Orange. Kiste. Blau. Hüpfen. Hüpfen. Orange. Kiste mitnehmen. Blau sagen. Kiste mitnehmen. So. Hüpfen. Hüpfen. Lila. Toll. So. Dann wäre das ja jetzt hier noch. Ach ja. Darf ich nicht. Aber hier wäre das blau. Und da wäre das. Darf ich ja immer noch nicht. Orange. frisch. Und da wäre das lila. Und dann sagen wir nochmal blau. Und können durch. deutlich. Oh. Ich weiß nicht. dass die abschneiden. Ich weiß nicht. 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 Oder wir experimentieren noch mal ein bisschen. You're not getting under my skin. You're making me queasy, I don't have the stomach for it. Quit it, okay. Gut, wir düsen hier durch die Tür. Ah, je. Ja, so, äh, so unentspannte Dinge mag ich hier. Total. Ja, da war ich nicht schnell genug. Ich denke, an der Stelle würde ich vielleicht auch mal eine kleine Aufnahmepause machen. Ich bedanke mich an der Stelle jedenfalls schon mal für die Aufmerksamkeit. Wir spielen das Spiel gerne weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.